Der Chat ist kaputt. Oh, es regnet. Der Chat ist aber blöd jetzt. Der Chat ist kaputt? Ja, bei ihm in seinem Stream. Alter, du bist immer wieder mit dem Auto. Oh, du bist doch mal müde. Oh, da hat mir einer in die Luft gejagt. Das war ich. Warum machst du das? Das hab ich nicht getan. Nichts. Du hast die gleiche Schuhe an. Ja! Siehst du, da muss ich... Du, das geht nicht. Da muss ich mich von hinten anschleichen. Dann schaffe ich sie. Ich hab den Chat kaputt gemacht. Schämt euch. Echte, zu viel geschrieben. Ja, da geht eine Menge durch. Ich würde sagen, ich könnte mich gerade nur für den Chat. Das ist Hammer. Hammer. Super, liebe Leute. Das geht so hoch. Der Chat ist nicht zum Schreiben da. Ihr habt ihn kaputt gemacht. Ah, ich kann nichts drücken. Hast du ein Glück? Das war 24, oder? Ich leiste mich eigentlich bei so nem Deathmatch auch aus. Ja, stimmt. Wenn du zu lange draußen bist, ja. Ich mach lieber blöd. Wer war denn das jetzt schon wieder? Viel Spaß. Gipser. Ja, schön aus der Hüfte. Was siehst du denn? Boah. Alter. Lass mich mal mit einsteigen. Ich ignorier das einfach mal gerade, was er gesagt hat. Ich merk schon. Daleh ist wieder der perfekte Gesprächspartner für den heutigen Laden. Das stimmt. Ach komm. Ey, der war cool. Voll die geile Rolle. Alex, Alter. Der Bote Gottes hier. Komm mal an. Rollt sich vor mir und ballert mich ab. Oh mein Gott. Wahnsinn. Ja, Alter. Antti. Antti. Antti Stone. Ja, sowas ist doch am liebsten. Keine Ahnung überhaupt. Oh, jetzt geht er wieder. Wieso krieg ich dich nie umgeballert, ey. Alter, warum machst du immer ne Hechtrolle, DGZ? Du machst immer ne Hechtrolle, wenn ich dich sehe. Ey Danny. Genau, ich besorgte Kali für alle. Das merk ich dir. Der Helm? Der hat ein privates Leben. Nur weil du jetzt hier einen coolen Hut auf hast. Ach, ich wurde aus der Sitze gebrochen. Ja, sag ich doch. Ja, sag ich doch. Geil. Nein! Au! Ach, Onkel. Was? Hast du ne Maschinengewehr oder? Mann! Mann! Nein, ich hatte ne Pistole. Also ich hatte am Anfang, dann waren aber die Mundi alle und dann... Das war knapp. Ach, das ist so traurig. Oh, danke. Leute, ich war nur leckend. Wie wild. Fang jetzt mein Herz und Bein. Du wirst über die Map geleckt. Ich? Ja. Das ist der Flying-Modus. Ja, ich glaub auch. Du hackst doch. I would even fly. Nein. Oh Gott, ich werde schon wieder beschossen. Alter, wer schießt da denn? Und ein dickes Lob an. Ah! 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 Damit ihr einen Chat habt. Der Chat ist eingeschlafen, genau. Ah, da oben. Alter, Danny! Oh, ne. Du hast aber jetzt die vier geschossen, du Drecksack. Der will kein... Agi. Agi. Oh, ne. Oh, ne. Kannst du eigentlich einfach vorbeilaufen, nicht irgendwie? Ach, komm jetzt. Von hinten wieder. Agario. Ach, du genau so hieß es genau. Komm, komm. Wie ist der da? Wie soll das? Hey! Hey! Oh, ne. Ich hab die Waffen extra daneben schießen. Daly ist schon mal auf dem Dach, Leute. Mhm. Aufgepasst. Mann! Soll das nicht. Ich bin nicht abgestrahlt. Da ist irgendjemand auf dem Dach. Nein! Ah, kebaks, du Dreck! Das ist gelogen! Schön ins Gesicht getrennt. Äh, gehauen. Ja. Oh, man. Komisch, wie viel Agario wollen. So ein Scheißspiel. Ja. Ah, ich war nur... Ja. Das FC Luft gesprengt. Nee, du hast von mir den C4 aus die Hand geschossen. Echt? Ja, ja. Das ist wieder der... Der Chrisplay-Style. Wie geht denn C4 an? Chrisplay. Boah, dann hab ich erst gesagt. So sagt er. Okay. Ah. Keine Ertenspin. Hallo. Ha, 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 ha. Alter, das Schrotflinte. Oh, schönes Ding. Ja, das war Schrotflinte. Irgendwie gar nicht so richtig mitgecheckt. Okay, wir haben ja noch... Wir hauen mal jetzt noch. Genau, warte. Da muss ich halt wieder raustappen. Also bin ich jetzt in der Story. Leck mich doch gegen die Hand. Lona! Warte, nein! Ach, nein! Das ist doch schade. Für die letzten Zuschauer hier. Wir haben noch einen Portal Knights Key. Sehr, sehr empfehlenswertes Spiel Portal Knights. Sehr gut, sehr gut gemacht. Nein, mich bitte nicht. Bitte nicht. Oh, trau ihn um. Und zwar? Und zwar? Oh, nicht schon wieder. Boah, was ist denn hier los? Boah, was ist denn hier los? Das ist so... so traurig. Komm her mit dein scheiß Auto. Danke, danke. So, dann haut mal in die Kommentare. Ich suche mir... Tut mir leid. Ich suche auch mal hier mit meiner Spiegelstunde ein bisschen. Ich bin so... Alter, Leute. Reißt euch mal zusammen hier. Oh, das Auto hat sich... das Auto hat gemeint. Ne. 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 Alles ernst. Peaches ist auch da. Peaches. Oh genau, haut mal nochmal Key in die Kommentare für die, die Portal Knights wollen. Komm schon. Portal Knights. Komm schon. Komm schon. Ich hab noch einen MG und benutzt die Pistole. Ich glaub's nicht. Ohhhh. Entschuld. Er nimmt halt die harten Waffen. Wolltest du mich umfahren oder was? Ja klar. Gibt's aber auch nicht. Nimm mich um und ein LKW kommt. Ich hab's eilig. Boah, leck den Mio jetzt. Jetzt kommt er. Da hörst du sorry schiefst, hein. Nein. Nein. Nichts. Wie du mich doch überfahren hast. Ja. Was sollen sie denn jetzt schreiben? Key oder Portal? Mit der Motor hab ich noch gesagt. Ja, da schreiben einige Portalschecken. Dafür Ich würd's dem geben der jetzt A�garyo Spielen geschrieben hat. A�garyo. Da hat sie behämmer. Wir machen nur weiter. oder ich habe nicht so viele Minuten haben wir noch also ein ein Battle noch so zu alle wollen so 3 2 1 und was will er da ist er Prozent putze putze bia Morderell was ist das für ein Name bei haben die alle bescheuert den Namen hihihi 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 3 2 1 ja ist ja auch schon lange dabei Kanius 5 2 7 7 bedankt sich war eine tolle Aktion von dir Chris ey wir sind echt die Sympathieträger Leute wir sind die Sympathieträger oder du bist der Sympathieträger wie alle immer diese schönen Loops hier hol den Chris Loops Loops ist ist Anstatt hast du grad Loops gesagt hihihi Loops raus hey loops ich will das Spiel ist gut da möchte ich wohnen ich bin so nice enttäuscht weil so aktiv aber nichts bekommen es ist doch noch einen Preis gibt es doch noch einen Preis gibt es doch noch genau den besten von allen ach stimmt den Endpreis ja der Endpreis ja genau ähm warum hat jetzt eigentlich keiner Grüß reingeholt ja warum seid denn echt so ne Penner das hab ich mich auch gefragt hihihi 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 du bist ja noch im im Singleplayer da kann man dich nicht einladen ach man ach man ja machen wir jetzt weiter oder wie oder was oder gewitter und das ist aber einfach nicht wenn wir jetzt aber abbrechen dann kommen wir wieder näher in den in den ja dann habt ihr auch nur ähm ja ja nur Ego was ist das warum das ist ne besondere Map Auaa was ist der cooles was ist das der besondere Map Da wirst du gleich sehen, was der Hauptmann ist. Wo, wo, wo? Ach ne, auch nö, nicht schon wieder. Ne, nicht schon wieder. Ich mach dir jetzt echt eine Rolle ohne mich. Seid ihr jetzt total bescheuert? Pass auf, wir können dich nicht einladen. Weil du eben Singleplayer bist. Da hast du eine tolle Ausrede gefunden. Ja, ich schon. Für einen Lohn nicht bekommen. Ähm, Chris, wer will ich mir bekommen von dir? Als Lohn? Zwei Euro. Was auf, wir machen das mal ganz schnell. Scheiß! Oh, wie geil, ey. Alter, wie blind ich bin, ey. Du hast deinen toten Kadaver auf mich geworfen und dann hat der mich auch geknallt. Boah, was? Das denn? Okay. Das ist null Euro. Das ist voll lustig, Alter. Pass auf, damit der Chris mitspielen kann, mach ich das kurz bänden. Aber dann kommen doch wieder nicht in die Lommie rein. Na gut. Doch, doch, geht. Unzunuckelt. Ich mach's eben. Oh. Aber ich glaub nicht, dass das Spiel dann abbricht. Wir müssen dann alle... Oh! Oh, okay. Oh, mein. Wir können uns alle versammeln und einer macht eben kurz 60 kills. Alter, was geht denn hier ab, ey? Ich sehe hier gar nichts mehr. Oh, wer schießt denn da auf mich? Oder wir spulen schnell die Zeit vor. Oh, shit. Alter, wer fährt denn da nicht rein? Ich hab... Oh, geil. Ich glaub deine... Ich glaub deine... Ich glaub deine Option... Ich glaub deine Option ist besser mit den 60 Leuten als Vorspulen. Aha. Hintel, stack hinten auf. Ja, was... Alter. Chris ist im Online-Muss. Stack auf! Ich weiß grad nicht, ähm... Hier explodiert alles, Leute. Ja. Irgendwie schon. Die Luft gesprengt. So. Herr Gabax, wir sind aber jetzt nicht mit draußen. Dann geht einfach raus, oder? Ich lad euch ein, dann könnt ihr... Warte. So, du... Wie komm ich denn da raus? Wer hat Selbstmord begangen? Ähm... Das... Ausgerutscht. Ja. Ich wollte die 60 alleine voll machen. Na ja, ist doch gut. Es muss doch... Nein, aber wie kommt man denn da wieder raus? Ich muss ja rausgehen. Ähm... Escape und dann... Online, glaub ich. Ja, genau. Online und dann... Bin ich jetzt alleine hier drin gegen euch alle, oder was? Ja, alleine gegen euch alle. Ja, ja. Ich bin nicht das Spielverletzend. Ich möchte auch nicht GTA Online für das. Ja, ja. Geh mir nicht richtig. Da, Max! Hallo! Ja, ich lande euch ein. Moment. Ich wollte grad... Aber ich kann doch hier... Kammer hier dein Handy auswählen? Ne, Kammer doch gar nicht, oder? Chris Play, du schmalzt, was? Guck dir die an! Ich spiele ohne mich! Was denn? In meinem Stream! Wenn du so ne Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr. Klop mal. So, ich lad gerade alle ein. Zack, 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 zack. Okay. Oh, da ist irgendjemand getimed out. Wer timed denn out? Wie fast mich? Wer timed denn out? Wer timed denn out? Ich weiß gar nicht. Ne. Der ist nicht so ganz genau. Da ist der Revano. Ja, das ist ja typisch. Hätte ich mich jetzt nicht... Hast du schon ne Einladung geschickt? Ja, natürlich. Was hast du jetzt ausgewählt? Hm. Äh, Deathmatch, ähm, äh, Shopping in Beton. Äh, bitte? Wer dafür, dass aber danach noch ne Autoräne macht. Können wir gerne machen. Also wenn ich habe... Also wenn ich habe... Ja. Ich habe keine Nachricht bis jetzt. Äh, steht aber eingeladen. Ich lad einfach nochmal ein. Dann muss ich den da wieder... Ich weiß ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Ich bin ja immer noch in dem Spiel drin. Ja, dann musst du rausgehen. Ja, musst du rausgehen. Dann bin ich aber ganz aus dem Spiel raus. Ne. Irgendwie... Wir will jeder Agario sehen. Okay. Wenn ich online... Wenn ich online... Ja. Wenn ich... Ich kann GTA Online oder das Spiel verlassen. Das ist ein Mutsch. Dann mach GTA Online. Hä? Ne, mach ne neue Sitzung finden. Gordon Freeman ist ein absolut random Mittelnightboard. Macht euch dann verrückt. Neue Sitzung finden. Mal gewinnen die anderen. Genau. Ne Klassiker. Und Darlay verliert immer. Ne, ich habe öfter gewonnen als Zugabux. Ich glaube, ich werde die Keule ausgepackt. Die letzten paar Minuten vom Stream. Zwölf Stunden hat der gute Quizray durchgehalten. Also bitte. Durchgehalten. Das war gut. Ich glaube auch raus. Hat er gut gemacht. Also ich bin auch außer zwölf Stunden dabei. Es ist ja noch gar nicht vorbei. Das ist ja noch gar nicht vorbei. Das ist ja Hammer gemacht. Ja, noch zehn Minuten. Drei, zwei, eins. Dann macht die Schiffe absolut. Ja, komm jetzt. Jetzt buchst du noch mal zwölf Stunden und dann geht das. Es wird noch mehr verlangt im Stream. Das war auch richtig gut. Richtig gut. Warum gehen wir alle jetzt raus eigentlich? Weiß ich nicht. Was? Ich weiß auch gar nicht, warum die Leute alle nicht annehmen hier. Weil ich gerade im Ladebildschirm bin zum Beispiel. Weil... Vielleicht geht es ja nur mal so. Vielleicht geht es ja noch ein paar Sekunden weiter. Du weißt ja, wenn wir... Ich bin gerade bei jedem eingeladen und jetzt seid ihr alle wieder weg. Ja, ja. Ich lade hier alle wieder ein. Müsstet ihr mich mal bitte nochmal einladen. Genau. Ja, ich mache schon gerade. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, also Animal... Desaster... Nein, keine schlechte Freunde. Wir sind einfach... Da fehlt. Bitte nochmal so Stunden. Ja, ist klar. Jetzt. Sieht mal jemand Rewano bitte wieder runter. Ja, mache ich. Rewano, du... Ich weiß gesagt, wir sollen ihn runterziehen. Rewano, du Blödmein. Rewano, du... Nein. Schubdiwub. Kannst du schon was getrunken? Schubdiwub. Ich glaube... Ich glaube nicht. Der Typ, der vorliest. Weißt du? Der nette Typ, der vorliest. Ich trinke keinen. Der nette Typ, der vorliest. Ich trinke keinen. Wir sollen den Alex sagen, das auch mal mit... So, okay. Wir fangen jetzt schon wieder an zu spielen und die alle sind nicht da. Super. Dann müssen wir noch einladen. Oder seid ihr schon wieder drin? Dann sind wir drin. Na gut, dann unterhalte ich euch alle immer. Die ist jetzt schon wieder los, hä? Ach, Gabra, du machst nur Scheiße. Hallo, was kann ich dafür, wenn die alle nicht reinjoinen? Ich kann... Ich kann doch nicht mehr als einladen. Ich bin rausgeflogen. Also, Gabra, ihr müsst alle nochmal abbrechen. Das geht nicht. Ah, ist doch ne Scheiße hier, Mann. Wir machen das alles nochmal. Warum denkt sich Rockstar so ne Scheiße aus? Um uns zu ärgern beim Livestream. Die wüssten ganz genau, wir machen davon irgendwas und deswegen... Genau. So, also nochmal raus wieder. Kann ich, äh... Muss ich mich erst hier teleportieren oder... Chris... 100... 100 fragt, warum du Clown-Kopf als Logo hast. Weil ich Clowns mag. Und warum Clowns noch mehr. Bist du das vielleicht? Und warum der Clown ist. Nein, Gabax, nein. Ach, Gabax. Ach, Gabax. Ach, Gabax. Schreiben sie schon wieder. Verdammt nochmal. Kann man das nicht... Chris, sag Hallo, Sir Helm. Wenn man sich diese anguckt und sich selber denken... Was? Hast du uns eingeladen, Gabax? Was stimmt denn mit Gabax heute nicht? Was? Er bleibt nicht. Ehrlich, Gabax. Was ist los mit dir? Was ist los mit Gabax? Er ist klar. Gabax schwitzt... Aber das Schöne ist... Aber das Schöne ist, Gabax... Aber das Schöne ist, Gabax... Aber das Schöne... Das Schöne ist, Gabax gibt jetzt alles zurück. Den ganzen Druck, den ich immer drauf hab, wenn's ums Let's Play geht. Wenn ich hier die ganzen Dinger eröffne, das funktioniert nicht. Doch, wir haben... Was ist denn los, Onkel? Was ist denn los, Onkel? Was ist denn hier los, Onkel? Ich bin ganz streng. Aber Leute, die eigentlich sonst nicht schreiben, doch dazu... Solange ich alles auf die Technik schieben kann, bin ich total gelassen. Gwony... Gwony... Ist das Gwony 13? Gabax, lad mich mal ein. Ja, das geht nicht. Gwony... Gabax hat das Spiel verlassen. Warum machst du das für euch? Gta weigert sich gerade. Danke dafür. Hahahaha. Hä? Bam, Junge. Oh... Aber... Bis jetzt hat's Spaß gemacht. Aber das kann ich machen. Zu... Nicht zu langer Satz. Was denn jetzt? Nein! Das wurde nicht erst geplant. Gott das Willen. Apartment verlassen. Wie heißt der? Wie kann ich hier raus jetzt? Ich bin doch gar nicht mehr. Ich bin doch gar nicht mehr. Der Name ist aber zu lang. Egal... Nein, Youtube wird erst mal nicht mit Facecam sein, nur Livestreams. I love chicken forever. Oh, ich hätte jetzt voll Bock am Rumstick. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Wie kann ich das jetzt abbrechen? Was geht denn mit dir ab? Du, Chris, wollen wir jetzt direkt Rennen machen? Ja, aber wir kommen jetzt hier raus. Einfach eine neue Sitzung finden oder so. Das hat Rivano das Spiel verlassen. Ach, schön. Ich bin auf der Karte und renne hier am Brunnen rum. Was ist los, Mobilplär? Wir waren uns auf der Karte und rennen auf dem Boden rum? Alt und F4. Nee, um am Brunnen rum und fütter die Vögel. Ich bin total bescheuert für, dass die dann... Du vögelst das Foto. Was? Warum vögelst du das Foto? So, seid ihr jetzt alle in GTA Online drin, dass ich euch direkt einladen kann? Also ich hier. Nee, ich lad grad noch. Ich wurde grad raus teleportiert. Zu dir, glaub ich. Das ist ja unkerschön. Gabax, lad uns doch einfach mal ein. Wie seht das? Ja, das mach ich ja jetzt. Ich will nur wissen, dass ihr auch alle online seid, dass ihr auch direkt alles annehmt. So, Anzahl Runden machen wir mal. War den ganzen Tag hier schon ein Roller, ey. Das ist voll nervig. Das ist doch geil. Wie tust du das? Weil's schön ist. Also Lukas, der vorsichtig ist schon auf dein 50k Stream, ne? 50. Es dauert aber noch. Es endet wie es angefangen mit technischen Problemen. Ja, dauert noch so eine Woche. So, ich bin auf ihren Planeten gelandet hier. Genau, nächstes Wochenende, wenn du wieder da bist. Genau. Ich finde diese technische Problemen sehr, sehr, sehr fantastisch, muss ich sagen. Das ist real life. Welches Licht denn? Meins. Sonst immer wird's beim LP rausgekalt. Du hast im Keller Licht? Oh, Chris Play hat abgelehnt. Das ist gut. Der war nicht lustig. Der war klar. Gabax, ich kann dir nicht zutreten. Da steht, du bist privat. Ja, genau. Du bist ein Privatkunde. Du bist ein Privatkunde. Da steht Spieler sucht offen. Ne, da steht privat. Da hab ich doch alle eingeladen. Die werden gebeten. Ich komm zu Gabax rein. Ja, ich auch jetzt. Ja, Dan ist drin. Soll ich dich küsst? Ja doch, Dan, Onkel. Das ist das, was mich gerade am fertigsten macht. Dieses lange Warten. Warte mal, irgendjemand hat gerade Onkel gesagt. Kann das sein? Ich hab alle eingeladen. Onkel fehlt. Ne, Onkel ist da. Ne, ich bin da. Für jeden Abonnent einzig. Oli muss noch annehmen. Chris muss noch annehmen. Luna muss noch annehmen. Ich bin rausgeflogen grad. Ich hab noch nichts bekommen hier. Ja. Dö, 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 dö. Luna ist jetzt offline. Ja, Luna kommt wieder online. Da. Da.